hallo und herzlich willkommen auf mockscout deinem kanal für interessante lego sets und spannende eigenkreationen aus klemmbaustein wir haben heute ein ganz besonderes mock hier für mittelalter fans nämlich die medieval tavern das will breakable mock mit der nummer 72838 das set ist von 2021 also ganz neu und die optik die wird euch vielleicht bekannt vorkommen das ist so gewollt dazu später mehr es sind 2951 teile verbaut also das ist hier kein kleines set und die maße sind auch nicht so klein 29 zentimeter bis hier oben zum dach und in der basis 27 x 24 zentimeter der designer ist versteinert das ist auch kein unbekannt auf dem kanal der hat uns schon tolle alternative builds geliefert zur eckgarage und zum angelladen und er hat sonst auch noch interessante mocks in seinem portfolio bei rebrickable das ist also auf jeden fall einen blick wert und bei versteinert weiß man dass man sehr gute sehr hochwertige mocks und sets bekommt so von der altersgruppe her würde ich sagen 12 plus das kommt so ungefähr hin es ist nicht so ganz einfach zu bauen aber auch nicht schwierig es hat so ein paar tricky stellen aber nichts was ein teenager oder ja einer der in die richtung geht gut schaffen könnte so von den prints und aufklebern her es hat ein paar prints es hat keine aufkleber welcher mockbauer verbaut schon aufkleber und das sind auch sehr schöne und passende prints kommen wir auch noch dazu von der anleitung her ihr kriegt ein pdf besser gesagt drei pdfs für jedes der stockwerke denn das sind hier drei also erdgeschoss um erstes obergeschoss und dachgeschoss und die sind alle in sehr sehr guter qualität diese sind nicht so ganz hoch aufgelöst aber man kann es trotzdem gut bauen und der designer hat auch darauf geachtet dass an den stellen wo es bei den farben vielleicht zu missverständnissen kommen könnte das abgeklärt wird mit einem kleinen hinweis welche farbe denn jetzt hier tatsächlich gemeint ist weil zum beispiel flat silver und dark bluish grey schon manchmal sehr ähnlich aussehen können wenn es das gleiche teil ist so das ding kostet 15 euro und ist auch wirklich gut es hat keine fehler und es hat den gleichen oder noch höheren baukomfort wie eine lego anleitung von lego original selbst es ist aber auch nicht zu klein schrittig wie es manchmal vielleicht bei den lego anleitungen für die kleineren oder jüngeren baumeister der fall ist so der preis wie gesagt 15 euro ist jetzt nicht günstig aber er ist gerechtfertigt für die qualität die man bekommt von der basis her das ist hier eine unregelmäßige basis mit verschiedenen platten aber ich habe mal nachgezählt es sind etwa 30 x 32 noppen an der basis also das ist so ungefähr der platz den ihr braucht nach oben hin verbraucht das gebäude ein bisschen mehr platz als die grundfläche also da wenn ihr das integrieren wollte in eure landschaft mit anderen mittelaltergebäuden braucht ihr ein bisschen mehr platz es ist natürlich von der bautechnik her absolut gewollt ähnlich wie die mittelalterliche schmiede die 21 325 die dieses jahr rausgekommen ist und wenn man es mag wird man das lieben ja aber es gab ja auch schon sehr kritische kommentare zur schmiede ich gehöre nicht zu den leuten die die schmiede schlecht aussehen fanden ich fand sie sehr schön auch mit dem blauen dach das hat mich sehr angesprochen aber wie gesagt wer die optik nicht mag wird vielleicht damit auch nicht so glücklich werden interessante steine hier gibt es eben diese pentagonal tiles die hier oben im dach verbaut sind in rot in dunkelrot und in braun das sind alles keine seltenen steine die gibt es alle gerade aktuell bei lego günstig zu kaufen und das ist auch der beste bezugsweg dafür bricklink ist viel zu teuer dann wartet lieber ein paar wochen auf die lego bestellung bei mir ging es dann überraschend schnell als ich also schneller als ich gedacht habe ich hatte mit fünf bis sieben wochen gerechnet so wie es lego angegeben hatte aber es war dann doch deutlich schnell ich glaube drei wochen hat es gedauert so und es gibt auch keine teuren und seltenen teile in dem set da hat der designer darauf geachtet das finde ich sehr sehr schön es ist sehr baufreundlich er selber gibt anders ungefähr 300 euro veranschlagt für die teile habe ich jetzt nicht nachgeprüft ich hatte relativ viele teile da von daher kann ich nicht ganz genau nachvollziehen wie viel ich dafür ausgegeben habe so was kriegt ihr hier ihr kriegt eine taverne so das sieht man schon hier an diesem tollen druck hier mit dem bierkrug und dem käse und dem brot es gab mal vor einer weile so ein herder ringe set mit so bedruckten das sind quasi inverted tiles also die haben quasi noppen auf der hinterseite dass man die rein klicken kann und da sind zwei andere auch noch davon verbaut das sind tolle prints wenn man so ein mittelalter setting umsetzen möchte so also eine taverne mit einer schenke mit einem schankraum unten und einer küche im oberen bereich dann gästezimmern mit einem außen abort hier auch also naja außen abort ist ein plumpsklo wo dann halt die vier kalten hier vorne runter fallen wie es halt im mittelalter so üblich war und im oberen bereich ein dachstockwerk mit stauraum mit einem kleinen schatz und noch ein paar sehr spannenden details das ist auch das was dieses gebäude hier besonders macht ganz viele tolle details und ich werde ein paar ansprechen paar werde ich vergessen das könnt ihr mir denn in den kommentaren hinterher schieben so also hier ist der sozusagen haupteingang die vorderseite da geht es rein wir gehen mal drum herum ich komme noch ein bisschen näher und hier ist dann auch gleich ein kleiner brunnen der hat interessanterweise keine abdeckung das ist ja oft so bei diesen mittelalter mocks dass man dann irgendwie so eine abdeckung über brunnen hat hat der hier nicht ja ist halt mal eine variante finde ich auch nicht schlecht und ist auch interessant gebaut dann haben wir hier noch mal einen seitlichen eingang das ist meines wissens so der kücheneingang der funktioniert auch ja das ist aber eine aus teilen aus einzelteilen gebaute tür und nicht wie der haupteingang ein quasi ein türelement übrigens hier seht ihr ganz toll hier diese türkern nicht für fenster konstruktion natürlich aus diesen zwei senkrecht gestellten zäunen finde ich sehr sehr schick ist auch sehr wirkungsvoll vor allem in per gold hier so hier auch die ecken an dem gebäude mit diesen herausstehenden steinen das ist im prinzip eins zu übernommen aus der mittelalterlichen schmiede dann haben wir hier einen waschbottich mit quasi noch waschbrett und stoffen die gewaschen werden einen kleinen hackbereich hier mit stämmen die an hauswand befestigt sind und einem beil was da auch quasi auf dem hackklotz liegt aber in dieser pflanze die ihr dahinter seht fixiert ist das finde ich eine super idee weil ich schon gelegentlich mittelalter mocks gebaut habe wo dann die axt irgendwie so locker rum geflogen ist und dieses set hat nahezu keinen losen teil und die teile die lose sind die kann man auch einfach weglassen also das ist hier super gelöst das ist ja eine sache dass ich bin überhaupt kein fan davon von losen teilen das verstehe ich überhaupt nicht so dann hier auch ganz toll diese fachwerkkonstruktion also er hat viele senkrechten drin aber hier auch ein paar schrägen das ist auch so dreiecksteils gelöst mal keine bögen wie bei der mittelalterlichen schmiede finde ich aber auch völlig in ordnung und das braucht sie eigentlich auch nicht es ist so sehr wirkungsvoll so und dann gehen wir mal weiter hier passiert nicht so viel wir haben noch viele fenster aber das finde ich eigentlich auch ganz schick und hier auch diese bögen oberhalb der fenster das kennen wir auch aus der mittelalterlichen schmiede also ist auch keine neue sache aber ich finde der hat es hier sehr schön umgesetzt was mir auch noch aufgefallen ist ist hier dieses so leicht durchhängend wirkende dach das ist eine ganz ganz tolle idee wie er das hier umgesetzt hat so kommen wir zur vorderseite und gucken wir mal rein in das gebäude man muss ein bisschen vorsichtig sein wenn man hier die stockwerke abnimmt ich will nicht sagen dass es ein instabiles gebäude ist aber man kann es an mehreren stellen falsch anfassen deswegen muss man ein bisschen vorsichtig das abnehmen vor allem das dachgeschoss weil sonst es einem runter hagelt das hat ein paar fixpunkte das ist auch ausreichend aber es hat nicht zu viele damit auch nicht zu viel klemmkraft hier die stockwerke aneinander hält und das finde ich auch ganz sinnvoll so wie es gemacht ist jetzt gucken wir uns mal sozusagen das untergeschoss an jetzt bin ich hier schon beim teile verschieben gucken mal dass ich nicht zu viel kaputt mache also hier nochmal die vorderseite in der nahaufnahme sozusagen mit der tür hier diesem quasi komplett teil kleiner sitzbereich vorne dran der brunnen der hier auch sehr schön gebaut ist aus diesen curved slopes erst eine ganz einfache konstruktion wie man hier eine rundung geschaffen hat hier die tür die man auch aufmachen kann und dann guckt man den küchenbereich rein hier dann dieser waschzube auch toll noch mal eine nahaufnahme also mit dem beichen hier das gefällt mir wirklich wirklich gut ist eine gemütliche ecke eigentlich müsste hier einer dieser baumstämme der müsste realisiert sein aus einem stadt shooter in reddish brown das wirkt dann so ein bisschen wie als würde da ein ast raus gucken ich hatte den hier leider nur in schwarz habe mir erst überlegt ob ich ihn drin lasse aber so sieht es dann irgendwie noch besser aus also ich habe zwei drei kleine teile verändert aber es ist hier zu 99,5 prozent genauso wie es der designer gewollt hat so also gucken wir mal rein in den schrankraum da haben wir gleich auch hier die nächste bedruckte teil hier ich meine ist das frodo oder irgendwer aus der gruppe da von den mittelerde leuten ist das so also da haben wir noch ein geweih hier an der wand das ist ganz cool noch ein tisch grüppchen hier wo man sitzen kann und ein kelch und eine kerze oder eine öllampe hat kann man sich aussuchen eher eine öllampe dann noch ein tisch mit hähnchen schlegel und dann hier eine ganz ganz tolle ofenkonstruktion das ist ein kachelofen und auf der anderen seite ist das quasi dann der kochofen und auf dieser seite zum schankraum hin ist es dann sozusagen ein ofen wo man sich davor setzen kann wenn es richtig kalt ist und dann ist es richtig gemütlich erinnert vielleicht tatsächlich so ein bisschen an diese herr der ringe schenke ich weiß ich kenne mich bei herr der ringe echt zu wenig aus aber da gibt es irgend so eine so eine szene wo sie dann in eine stadt flüchten in einer schenke unterwegs sind ja ist ja nicht zu verhindern in diesem mittelalter beziehungsweise pseudo mittelalter setting so dann die fässer unter der treppe sind die auch ganz cool gemacht eins ist mit einem hahn die anderen so befestigt wie ich es noch nie gesehen habe mit achsen quasi verkehrt rum also ihr seht da den fassboden und dann wenn wir uns den küchenbereich angucken mache ich mal hier die tür wieder zu sehen wir hier in den küchenbereich von oben rein ja also da haben wir hier den ofen und warte mal so machen wir das und ein besen steht da ein kochkessel der ist auch toll befestigt an so einem greif arm das heißt der kann ich hin und her baumeln da ist eine pfanne an der seite befestigt in dem topf sind auch zwei plates beziehungsweise eine plate und eine teil die sind theoretisch lose aber dadurch dass die aufeinander geklickt sind können die nicht rausfallen so dann nochmal ein lämpchen an der seite und dann ein tischchen mit noch einem topf und diesen tollen bedruckten brettern dann ein messer und ein beichen an der wand also das ist hier alles sehr sehr schön und in dem fach sind glaube ich ein paar lose plates drin was da noch um steht aber selbst seht ihr so bei fast einer ganzen kippung hier um 90 grad fallen die nicht raus also das ist gut gemacht also viel platz zum spielen übrigens viele noppen da kann man toll auf figuren positionieren überall da wo man die noppen braucht sind sie also ich finde das hier sehr sehr gemütlich sehr schön und ich habe so richtig lust mich in so eine schenke reinzusetzen es wirkt einfach gemütlich also noch mal der blick von hier noch mal der blick von hier und dann da ist übrigens noch mal so ein print hier mit dem bart da das sieht so ein bisschen aus wie der ich glaube gimli heißt da aus herdering ja also der der zwerg also richtig gemütliche schenke hier mit allem was dazu gehört so jetzt schauen wir uns das nächste stockwerk an dafür nehmen wir hier mal diese dach konstruktion ab das ist übrigens wie ich finde so der konstruktionstechnische höhepunkt dieses sets ja jetzt habe ich hier schon ein teil vom dach abgerissen sag ich schon grad höhepunkt also es ist auf jeden fall der optische höhepunkt und es funktioniert auch gut aber man muss einfach ein bisschen aufpassen und diese seitlichen elemente hier die haben nicht so viel grip aneinander da muss man einfach aufpassen dass man die nicht abreißt aber wie gesagt das ist so der einzige punkt der wirklich so in die Richtung gehen könnte vielleicht nicht so stabil so also hier tolles fachwerk ganz toll auch hier diese ecke gelöst da seht ihr nochmal diesen schrägbalken mit so 54 200er slopes käseecken ganz toll ist auch dieses schild hier dieses tavernen schild das ist ein zaun der ist verkehrt rum da dran und dieser bedruckte teil ist hier von zwei seiten so halb drin funktioniert völlig hier auch das fass und hier ist übrigens eine minifiguren hand in schwarz die hier nach oben raus guckt also das sieht so richtig richtig schön aus nach einem stilvollen schild von hier seht das vielleicht sogar noch mal ein bisschen besser ja also das ist richtig gut gemacht so auch wieder diese tan weiß optik die habe ich jetzt auch mal ausprobiert in meinen mini medieval modulars das ist eine ganz gute technik und optik in kombination mit dem reddish brown um so ein verfallenes mauerwerk darzustellen so gucken wir mal rein da haben wir jetzt gästezimmer wir haben einmal hier so machen wir das erstmal haben wir einen läufer mit füßen sozusagen also entweder ein schaf oder ein weiß nicht irgendein anderes raubtier was man hier als bodenläufer verwendet hat und dann gibt es hier zwei gästezimmer zwei betten seht ihr hier und das eine gästezimmer unten hat noch ein kleines tischchen mit lampe das andere gästezimmer ist ein bisschen besser ausgestattet das hat einen richtigen ofen hier und dann ein plumpsklo jetzt muss ich es richtig rumdrehen so da seht ihr das plumpsklo da kann man sich dann draufsetzen das ist natürlich geruchstechnisch nicht so toll wenn es im gleichen raum wie das bett ist da wäre ein vorhang ideal gewesen aber mei das tut seinen zweck interessant ist hier diese halb abgerundete wand im mittleren bereich ich finde die konstruktion nicht so ganz ideal und weiß auch nicht so ganz was das darstellen soll könnt ihr mir ja vielleicht in den kommentaren helfen ich hätte es vielleicht anders gelöst aber mei es stört mich jetzt auch nicht es ist einfach nur auffällig dass es so gemacht es wirkt so ein bisschen wie so eine leicht transparente wand er hat hier den bogen gebraucht von der konstruktion her um die tür noch vernünftig unterzubringen weil sonst hier das mit dem kamin zu wenig platz gewesen wäre von daher ist halt so und die türen sind beide quasi gebaut und haben einen griff aus einem das ist so ein griff von einem eimer oder einem kessel der hier als türgriff verwendet wurde habe ich so auch noch nicht gesehen ist aber sehr schick und funktioniert natürlich auch also hier noch mal der blick aus der perspektive wo man hier von der treppe hochkommt und dann noch mal hier der kleine ofen wird so ein warmhalte bereich da oberhalb der öffnung wo man das holz reinschmeißt diese betten die sind an der wand befestigt die sind nicht am boden befestigt sondern an der wand beziehungsweise die mittelteile sind sind an der wand befestigt das ist eine interessante konstruktion die hier auch eigentlich identisch sind so dann seht ihr hier noch eine leiter die geht nach oben ja zum dachboden und den gucken wir uns jetzt an also setzen wir das mal wieder hier drauf so und kommt zum dachboden also das dach ist zunächst mal an allen seiten geschlossen es hat aber zwei bereiche die dafür gedacht sind dass man sie aufmacht hier natürlich der große bereich und das ist auch so ähnlich wie bei der mittelalterlichen schmiede aber es ist ein bisschen vom gewicht her so dass es leicht rausfallen kann also da hätte man vielleicht noch im oberen bereich ein bisschen mehr gewicht reinbringen können dass es noch besser drin liegt es ist nicht so dass es sehr leicht raus fällt aber es fällt eher mal raus also man muss aufpassen so sieht es von hinten aus also hier nur zwei inverted slopes als auflagen den teil vom dach nehmen wir mal raus und dann nehmen wir hier den schornstein teil ab also dieser schornstein der ist mit einer ganz spannenden konstruktion befestigt am dach der geht quasi durch dieses dach durch so theoretisch also hier seht ihr der geht nicht durch aber ist hier quasi angeschnitten auch eine witzige konstruktion und die beiden dachteile kann man rausnehmen dann sieht man hier ein teil zu dem kommen wir gleich und hier diesen sozusagen hauptteil der hat ein paar witzige details also ihr kommt hier wo mein finger raus guckt kommt hier hoch und dann habt ihr hier gleich so einen light blue grey kerl hängen das ist sozusagen eine wäscheleine und das ist eine super coole idee wie das hier befestigt ist nämlich ist das eine schnur und dann eine plate modified einmal zwei plate modified mit so einem rail und da passt genau diese schnur kann man die schnur quasi reinlegen und mit zwei clips befestigen das ist wie eine wäscheklammer und das funktioniert prima ohne dass die teile irgendeinen stress kriegen das ist hier übrigens im gesamten gebäude der fall dass hier keine teile irgendwie mit stress behandelt werden so dann sind hier noch irgendwelche kräuter die da rumhängen ein regal was mit irgendwem zeug was da rum steht und ein heu ne nicht heu strohbett ja also ein gelbes strohbett daneben steht eine öllamp ist bisschen gefährlich das neben dem strohbett stehen zu lassen da kann man sich eine geschichte überlegen wie vielleicht hier einer aus versehen die ganze taverne abfackelt aber das ist sozusagen ein notbett so dann seht ihr dahinten noch einen sack und im hinteren bereich seht ihr dann die spinne also da hat irgendjemand seinen schatz vergessen auf dem dachboden und irgendeine dicke spinne hat sich da eingenistet und man kann auch diese truhe aufmachen und dann sieht man da ist ein bisschen was an gold drin also da kann man sich auch was überlegen mit einem schatz also geschichtentechnisch geht einem hier der stoff eher nicht aus das ist auch eine sehr große stärke dieses sets dass man sich hier viel selber kreativ überlegen kann und dieser bereich ist toll bespielbar also das relevante was das dach zu bieten hat kann man von hier außen sehr gut bespielen ja also das ist das was uns das set bietet und das ist finde ich eine ganze menge übrigens hier auch noch auf der seite wo die spinne sitzt haben ein geschlossenes fenster das finde ich auch sehr schick gemacht da sind diese plates modified 1x4 mit zwei noppen verbaut da muss man aufpassen dass man eine teilversion nimmt die eine groove hat also gibt es welche mit und ohne groove weil mit groove kriegt ihr diese schönen senkrechten linien hier drin wenn ihr das nicht macht ist wirkt das fenster finde ich nicht so schön also mit groove wirkt das hier besser hat besser diese latten optik da muss man wie gesagt das richtige teilnehmen so setzen wir mal wieder den kollegen hier zusammen und zwar richtig rum mit dem farbverlauf rot nach oben ich hätte nie gedacht dass man aus rot so ein schönes mittelalterliches dach hinkriegt nie hätte ich das vermutet das gefällt mir richtig gut ich bin eigentlich überhaupt kein fan von lego rot oder vom roten lego weil ich die zu grell finde die farbe aber hier ist das richtig richtig schön umgesetzt und kriege ich jetzt wieder hin dass ich es vernünftig drauf setze ja also man kann auch von oben gut druck ausüben um das hier alles zu fixieren übrigens hier diese optik hier mit diesen quasi pferdeköpfen erinnert so ein bisschen an auch wieder herderinge rohan nicht und natürlich alle möglichen anderen nordischen mittelalter wikinger settings ja ganz ganz toll so kommen wir mal zu einer zusammenfassung was ist denn hier toll und was ist vielleicht nicht so toll also optik ich finde die optik extrem schön aber wie gesagt man muss es mögen und wenn man die schmiede schon nicht gemocht hat dann tut man sich sicherlich hier mit schwer die konstruktion vom gesamten gebäude ist sehr cool vor allem vom dach vor allem mit den ganzen winkeln und hier diesem kleiner dieser kleinen gaube hier klar gibt es da ein paar spalten aber insgesamt ist es sehr stabil es passt alles man hat nicht das gefühl dass irgendwo murks gemacht wurde das ist richtig gut gemacht der bau macht sehr viel spaß und die anleitung ist sehr gut und sehr hochwertig das ist wichtig zu sagen sie ist vielleicht mit 15 euro für den einen oder anderen in dem bereich wo er sagt lohnt sich das ja lohnt sich ja 15 euro lohnen sich absolut ich habe dankenswerterweise von versteinert einen kleinen rabatt bekommen ohne dass er einfluss hat auf das ergebnis dieses videos aber 15 euro sind auch vollkommen in ordnung so wir haben ein ganz detailliertes innenleben wir haben einen hohen spielwert wie ich finde das set ist sehr atmosphärisch bietet ganz viele kleine anreize für geschichten die man spielen kann tolle ideen mit der wäscheleine wir haben keine losen teile also da weiß man gar nicht wo man aufhören soll wie ich finde und das soll hier keine lobhudelei werden es ist einfach ein ganz tolles set so negativ was ist negativ also wenig vielleicht dass man ein bisschen aufpassen muss am dach wo man hin fasst gerade hier diese äußere rahmen konstruktion weil eben zum teil plates die das ganze hier halten nur unten ein bisschen anliegen da hätte man vielleicht noch was drauf machen können aber dann wäre das hier mit den fachwerk dingern hier mit den teils hätte man das nicht mehr so machen können sich versteht es schon dass man das auch so macht und dann sagt er da muss man halt da nicht anfassen ja also geschenkt das sind wirklich kleine sachen stabilitätstechnisch spielt es hier auf hohem niveau so das war es eigentlich schon mit den negativen punkten ich bin davon ziemlich begeistert so gesamteindruck extrem schön ein besonderes mock wenn man die schmiede mag dann wird man das hier lieben also die taverne wird man dann lieben und versteinert hat man wieder ein ganz tolles hochwertiges set abgeliefert und man hat so irgendwie wenn man das baut das gefühl man baut ein offizielles lego set ja es ist einfach tatsächlich merkt man nicht dass man hier ein mock baut und das liegt vor allem an der guten anleitung und da ist halt viel arbeit auch reingeflossen das merkt man also aus meiner sicht eine absolute empfehlung und was ganz besonderes für den mittelalter fan der vielleicht diese optik von mittelalter mag ich stehe da voll drauf ich mag nicht so diese diese dreckige mittelalter optik oder diese super detaillierte ich mag eher so diese leicht comic angehauchte mittelalter optik das gefällt mir da wirklich sehr sehr gut also kommen wir zu einer wertung von diesem set spielspaß finde ich ist gegeben gibt es viele anreize vier von fünf bricks bauspaß hat mir sehr viel spaß gemacht das sehr vielseitig man sieht viele tolle konstruktion 5 von 5 bricks stabilität kleine einschränkungen 4 von 5 bricks optik sehr schön 5 von 5 bricks der preis für die anleitung sie ist nicht günstig aber sie ist hochwertig von da ist der preis angemessen 4 von 5 bricks komme ich zu meinem gesamturteil wird keine überraschung sein das sind 5 von 5 bricks für die medival tavern das mock mit der nummer 72 838 auf rebrickable von versteinert ein sehr gutes sehr empfehlenswertes set also ich hoffe das hat euch einen kleinen eindruck verschafft ich hoffe ihr kriegt lust darauf und wenn ihr meinungen oder ergänzungen habt sehr gerne in die kommentare würde mich sehr freuen und ja wenn es euch gefallen hat gebt doch den daumen hoch lasst vielleicht sogar ein abo da noch besser und dann sehen wir uns das nächste mal wieder auf meinem kanal mit dem nächsten mock dem nächsten mini medieval modular oder was mir sonst noch so einfällt auf mock scout